Wir sind jetzt im Meerwasser-Aquarium von Numea und schauen mal, was die Tierwelt hier so zu bieten hat. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ein bisschen beängstigend sehen Sie schon aus. Oh, und hier können wir uns als Andenken noch einen ganz süßen Stoffhammerheim nehmen. Oh, der ist ja toll. Was haben wir denn noch? Oder Oktopus. Kann man auch zum Autowaschen benutzen, wenn man ihn nass macht. Waschkrasse. Oder hier, ich finde ihn ja ganz süß. Einen kleinen Killerwal. Free Willy. Ja. Ja. Ja.